So, und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play They Are Billions. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was jetzt so alles noch passieren muss in nächster Zeit. Ich weiß noch, ich muss das Ding hier unbedingt bauen. Oh, keine Arbeiter, wie kommt das denn? Achso, ja, das Ding ist ja noch am Bau. Richtig, okay. Stein und Gold. Ein bisschen was haben wir noch hier. Wer willst du mit Japanisch? Du wieder. Ja. Ich habe es. Ja. Ich hoffe, du wirst nicht meine Zeit verhusten. Ja, du brauchst etwas unter Attacken. Ja, erzähl mir, was du willst. Okay, jetzt müssen wir soweit alles haben, außer die Arbeiter. Dann baue ich direkt das Ingenieurszentrum. Was dürfen wir hier? Fallfalle. Ehrlich gesagt, mit euch muss ich jetzt wirklich langsam anfangen. vernünftig was zu arbeiten. Warum ist eigentlich das hier aus? Gut. Okay, das hier wäre eine super Stelle für den Endkampf eigentlich. Genau so wie hier. Die kann man doch nicht rüber und nähen. Und es geht auf jeden Fall langsam die Zeit aus. Das Gasthaus muss endlich fertig werden. Ich hoffe, es wird jetzt auch langsam mal. Wir haben auch viel zu wenig Stein. Okay, jetzt haben wir 1100 dazu. Das passt ja wunderbar rein. Danach kann ich hoffentlich die Tannapur direkt entwickeln. Diese Sachen, die Sachen hier lasse ich auf jeden Fall weg. Was ist das eigentlich? Der Blitzturm. Ah ja, das Ding wird sich wahrscheinlich auch richtig lohnen. 100 Öl. Ich mache da erstmal die Thanatos. Das ist mir irgendwie wichtiger. Baut auch relativ schnell. Wir müssen aber jetzt mal gucken. Wir brauchen... Hier oben... Das Gebiet auf jeden Fall langsam. Wir müssen hier nämlich einiges erobern. Und ich will das Ding haben. 100 Steinen, das kriege ich nie hin. 6000 Euro, dann kann ich sogar auch lagern. Nee, da brauche ich nicht noch ein Lager aus, um es überhaupt zu lagern. Hier oben wird die Räden verloren, Steinen und sowas noch abzubauen. Und dann werde ich mir auch holen. Wir brauchen auch mehr Nahrung, sehe ich gerade. 10... 10... Kann ich auch nochmal 6 rausholen. Das ist nicht die Welt, aber es ist was. Und ehrlich gesagt, das Ding brauche ich ja auch. Das Ding habe ich. Kann ich direkt die Thanatos erfassen, dann kann ich auch Thanatos bauen. Das Ding habe ich auf jeden Fall noch. Das Ding ist auf jeden Fall noch. Was schaffen die? Ihr müsst jetzt anfangen zu erobern. Wer möchte, mit Japanisch? Schauen die. Ihr geht mal hier hoch. Es lockt sogar die da hinten an. Ähm, okay. Thanatos, bitte. Aber damit... Oh, Söldner. Mal sehen. Ich verzichte jetzt erstmal drauf. Den kann ich mir dann noch holen. Ich muss hier auf jeden Fall noch ausbauen. Wenn ich da genug davor kriege. Dann müssen hier nicht die ersten Türme hin. Die klienen hier oben schon mal. Hier muss ich auf jeden Fall auch noch welche hinstellen. Vielleicht mal jetzt. Weil wir den ersten Thanatos haben oder haben können, sollten wir die auf jeden Fall holen. Oh ja, der habe ich nie zugemacht, oder? Oh, das ist schön. Okay. Kann man hier... ...erst mal so grob zumachen. Und dann stellen wir dahinter am besten ein, zwei Ballisten. Das ist jetzt nicht so. Ja, ähm, hallo. Noten. Okay. Wir können... ...kosten ihn. So einiges. Ja, nicht genug Öl. Wir ziehen uns zurück. Ich weiß nicht, wo genau die hingehen. Ich schicke sie mal da hin. So, nächster. Norden ist ein großes Gebiet, wenn ich ehrlich bin. Wir haben auch überhaupt gar keinen Stein mehr. Das stinkt mir sehr stark, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ich mache jetzt mal hier... ...sor sporadisch einen Wall. Jetzt muss ich eh noch erweitern. Jetzt gucken wir mal, wo die kommen. Und dann kann ich hier demnächst auch Stein einsammeln. Wir haben schon Tag 40 und es geht lang halt eine Zeit aus. Direkt hier. Okay. ausnahmsweise baue ich Holztore könnte natürlich jetzt auch rechts einfallen, wenn ich Blech habe es ist schwer abzuschätzen, hier laufen wir links lang auch noch das ist halt echt schwierig wenn sie hier reinkommen kann ich mich jetzt kaum verteidigen die sind ein bisschen zu früh dran wenn ich ehrlich bin wir müssen den direkten Weg zur Kommandozentrale nehmen das heißt sie müssten hier lang laufen das ist hier ich weiß nicht wie ich den Stein habe, aber ich habe ihn ja ich benutze diesen unglaublich starken körper aber ich wollte gerade sagen wo kommt der her ein bisschen blöd hier an der Stelle ich komme auf jeden fall direkt da durch wir haben auf jeden fall schon mal Thanatos, das ist schon mal 4 wert da kommen sie boah ist das geil dann kann ich wieder da hin aber Thanatos sind so cool das war es schon das war leicht aber wir haben gelernt, dass nach diesem Angriff so ziemlich schnell der nächste kommt das war ich eigentlich nicht ich würde sagen wir müssen jetzt mal was in dieser richtung nicht tun Fünf? Fünf, fünf, vier, fünf. Sind es nicht andere Umstände, die sich verabreden? Sind Sie sicher? Warum? Was auch immer Sie sagen, so lange Sie mich verabreden. Ich muss dieses Gebiet erobern hier. Oh, mehr Orte? Ja! Okay. Lass mich ein paar Schafschäden zerbrechen. Auf jeden Fall. Tanatus, bereit und cool. Okay, die könnten wir machen. Ich mach mal das. Kleinen Moment. Kurze Unterbrechung. So. Hey, warte mal. Das ist mir noch nie aufgefallen. Stell mir vor, ich hätte jetzt vergessen Pause zu drücken, wie mir das mal bei das Escape ist passiert ist. Nein, alles vernichtet. Ich geh stark davon aus, dass hier der nächste Angriff kommt, dass er nochmal von Noten kommt. auf jeden Fall noch los wird! Wir müssen wirklich expandieren, langsam. So, wir müssen wirklich expandieren, langsam. Boah, so geht's auch. Das ist besser gut. Du bist so dämlich. Kann ich hier ein Lagerhaus hinbauen? Holz und Stein wieder. Was? 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 Jetzt gehen wir mal hier hoch und räumen wir mal oben alles auf. Und wir brauchen auf jeden Fall Holz. Was? 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 Das verstehe ich, man muss in der Nähe von nass Wasser gebaut werden. Nehmen wir die 14. Okay, wir haben noch 30 Tage. In der Zeit müssen wir was schaffen. Uns geht auch langsam die Energie aus. Wegen uns mal langsam in Richtung der Ecke. Wir können doch ganz schön was. Der Tandor ist regelt das aber. Fällt mir ein, wir brauchen noch mehr davon. Braucht der Holz? Nö. Wir brauchen mehr Öl. Das schafft er schon. Ich glaube hier mache ich dann zu. Wir brauchen mehr Öl. Wir brauchen mehr Öl. immer mit dahin man hätte nie gedacht wir Ölprobleme haben Holz kommt jetzt auch ein bisschen mehr rein das ist gut Energie Holz und Stein okay das ist nichts was wir nicht in griff kriegen können und schon einiges an gerade muss ich sagen wir haben jetzt auf jeden fall wieder ein kleines bisschen plus ehrlich gesagt wir haben schon wieder kaum Arbeiter wie kommt denn das okay wir kriegen hier auf jeden fall das ging man dann hin wenn man genug Holz und Stein haben ich muss hier wirklich aufs zu sei zu ja nicht so aus doch das heißt dass hier oben wird mit übernommen wir können bis da hocharbeiten hier oben muss ich dann mal schauen ob ich da noch irgendwas machen kann hier sollte ich auf jeden fall zu machen den Schwabbel sollten wir gleich noch holen ja so viele ziele wenn wir sie doch nur alle los werden würden okay wir locken da alle hoch das ist gut Sniper ist bereit geht mal da hoch ehrlich gesagt ich würde das wirklich gerne erobern hier weiter geht's nicht ehrlich gesagt ich hätte wirklich gerne einen hier oben dann mache ich da oben dann dicht und Arbeiterprobleme okay wie kann ich ein Arbeiterproblem entgegensteuern ich könnte jetzt auf Steinhäuser gehen würde ich aber tatsächlich ungern machen und mehr da kommen besser jetzt kommt wieder davon und davon hier warten wir mal noch so lange bis die soweit alle tot sind die schlimmsten das gute ist jeder spezielle infizierte ist einer den wir nicht mehr besiegen müssen okay hier oben ich baue erstmal bloß die hier her also muss für den anfang wirklich reichen wenn hier eigentlich schon mal anfangen Ah, jetzt können wir Holzprobleme. Die Flüsse kommt hier runter. Ich hätte gern überall ein paar stehen für Notfälle. Ich muss etwas töten. Lass, aber nicht. Das wäre super, wenn ich das ganze Gebiet holen könnte. Die Flüsse sind unter Attacken. Na ja, die habe ich ganz vergessen. Die gleichen nochmal. Dein Schnapper und dein Service. Es ist ein schönes Tag. Sie versuchen, zu durchdrehen. Achtung! Die Flüsse könnte in der Flüsse wie ein Schnapp. Sie attacken die Flüsse. Die Flüsse. Achtung! Die Flüsse. Bereit und cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier ankommen werden. In der Endwelle. Unsere Flüsse werden attacken. Hier brauchen wir auch einen. Die Flüsse. 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 Wir können wieder gehen. Wenn der Tandard was hier ist, wird er schon gehen. Ich repariere mal alles. Und... Ja. Wir brauchen eindeutig mehr Holz. Wohin mangelt es denn? Achso. Ja. Natürlich. Holz. Sie versuchen, überhören. Sie versuchen, überdrehen. Hier bin ich auch mit starkem Widerstand später! Ja, ähm, wollt ihr die durchkommen lassen? Das ist halt nicht so einfach. Das Problem ist, ich bin echt mal wieder guter Ding. Und das heißt, wir werden garantiert verlieren. Mein Rettung ist bereit. Und Energie. Naja, Öl. Unser Öleinkommen ist aber zu gering. Letzte Nacht habe ich das Gehirn explodiert. Sag mir, deine dunkle Gedanken. Okay, wir kriegen Arbeiter rein, das ist auch was wert. Nahrungsmangel. Brauchen aber auch mehr Energie. Ja. Es fehlt wirklich wieder an allem. Und gerade weil er auch anfängt Holz zu fehlen. Bin ich das dezent blöd? Ja, sag mir, was du hast. Das sind zu wenig. Nahrungsmangel. Bündung ist fertig. Der Sniper ist bereit. Ich glaube, mit der Stelle habe ich mich echt übernommen. Das hier müsste ich eigentlich noch ganz gut zumachen können. Ich muss etwas töten. Oh, hier sind aber viele Schwabbel. Lass sie kommen. Die gehen auch wieder. Ah, diese Harpion. Nicht überrennen lassen. Okay, gehen wieder. Okay, da können die auch ein bisschen leveln. Was gut ist. Den hole ich mir jetzt mal. Ja. Sag mir, deine dunkle Schmerzen sieht sehr stark. Die Schafschützen, die in den Süden getroffen haben, sind auf ihren Weg. Sie sind von dem Süden gekommen. Warum? Lass uns dieses wunderschönen Körper benutzen. Kann ich mir eigentlich mittlerweile... Natürlich Holz. Geht mal hier hin, dann kann die Balliste im Zweifel schießen. Vertraue. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.